Ich habe mich extrem verändert seit August, seit dem ersten Level. Es hat extrem viel bewusster das Leben jetzt wahr. Es hat so viele Emotionen aus mir herausgelöst. Ich war überrascht, dass ich so viele Ergebnisse in so kurzer Zeit lernen konnte. Hier passiert es einfach so. Unbedingt probieren. Unbedingt mitmachen und selber spüren. Das ist das Trampolin, um sich wirklich zu entwickeln.